Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unserer Video-Wochenschau. Die CDU-Kreistagsfraktion will, dass der Landkreis den sozialen Wohnungsbau stärker fördert. Das erste Bauprojekt könnte laut Kreistagsmehrheit am Kornblumenweg in Vechter entstehen. Dort sollen günstige Mietobjekte gebaut werden als Vorbild für weitere Projekte. Und noch etwas in eigener Sache. Unser neues Videoportal Karrierestart.tv ist vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger für den Innovation Award der Deutschen Zeitung nominiert worden. Insgesamt waren 98 Bewerbungen von 50 Verlagen eingegangen. Die Preisverleihung ist am 19. September in Stuttgart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Kulturkreis Vissbeck lädt zum ersten Sommerkonzert ein. Im Park Pastors Wischke am Samstag ab 19.30 Uhr mit der Big Band Bösel. Der Eintritt ist übrigens frei. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.